Hier will sich auch niemand beschwören lassen. So, da raus. So, Verlangsamung von dir ist kein so großes Problem. Oh. So, tot. Und Heilung. Und hier weiter. Oh, das tat weh. Oh, das war knapp. Ich muss dringend auf meine Ausdauer achten. Oh, das war jetzt nämlich schon wieder schlimmer, als es hätte sein müssen. Oh. Nein. Ah, Mist. Das war auch nichts. Okay, wir vergessen den Seitenkorridor, versuchen es wieder auf die Beschwörungsart. Und noch habe ich genug Menschlichkeit. Wenn nicht, muss ich irgendwann mal Offscreen Menschlichkeit farmen. Mich heilen wäre auch eine tolle Idee. So, Adele. Hallo, Adele. Adele. Hm, nope. Hier. Oh, jetzt. Stirbt das Wild drauf los. Oh. So. Der ist auch weg. Und du bist auch weg. Du da oben bist mir sowas von egal. Ich heile uns jetzt erst mal. Hier sind wir nämlich kurzzeitig sicher. Adele rennt wieder munter drauf los. So. Kurz zurückziehen. Sammeln. Backstabben. Au. Au. Oh, da war noch was. Ähm. Schnell zurückfallen lassen und heilen. Ja, ist halt blöd, dass er so angeschlagen ist. Müssen wir noch den Magier loswerden. Wir können wenigstens hier jetzt runterjumpen und nochmal heilen. Am besten doppelt für Adele. Ah, ich kann gleich mal meine ganze Heilung verbratzen. So. Das war falsch. Aber wir sind schon mal unten. So. Und Ausweichrolle. Und schnell weg hier. Blöd ist halt, dass jetzt gerade das Verlangsamen noch auf uns wirkt. Jetzt nicht mehr. So, schreit er. Ja, er schreit. Schreit er wieder? Nein, er schreit nicht. Okay. Oh, er bufft sich schon. Das ist nicht so schön. Jetzt macht er nämlich genauso AE wie... der andere. Okay. Au. Basis hit Adele. Was aus noch? Oh, jetzt bufft er sein Schwert. Das ist ungesund. Okay. Wir müssen halt gucken, dass wir ihn viel angreifen. Oh, oh. Au. Solange Adele noch lebt halt. Und hat Feuerpausen nutzen. Jetzt sterben wir gleich sicher. Nein. Jetzt sterben wir sicher bald, weil Adele ist weg. Und unser Estos geht auch alle. So. Solange wir rollen können, ist alles gut. Wow. Au. Das hat wehgetan. Das auch. Deswegen sage ich ja mit... Ohne Spielerhilfe ist der kaum Tod zu kriegen. Uns bleibt halt nur die Möglichkeit, das weiter zu probieren, bis wir eben Spielerhilfe kriegen. Oder ich benutze doch Stahlherz, weil die halt mehr aushält. Nein. Die können wir nicht benutzen, weil sie wieder weg ist. Oder Stahl will halt. Die, die uns vorhin getwollt hat. Die, die uns vorhin getwollt hat. Ja, Lurie Stahl will. Weil mit beiden zusammen können wir es jetzt recht vergessen. Wie gesagt, sie hat halt den Vorteil, dass sie sich ab und zu mal heilt und vielleicht ein bisschen mehr aushält. Als Edel. Aber die Hoffnung brauche ich mir gar nicht machen, weil sie steckt jetzt schon viel zu sehr ein. Au. Okay, Rückzug hinter die Wand. Dafür kann ich sie halt besser hochheilen, weil sie halt... Au. Das... Ist ungut. Ihr seht ja, für was für ein Chaos das hier schon sorgt. Eine Katerglocke. Aufgespießt und schnell hier runter. Ähm... Kommst du hier runter? Ernsthaft? Das ist echt doof jetzt. Na also. Also, sie stellt sich noch dümmer an als Edel. Aber wenigstens trinkt sie jetzt mal was. Was nur nicht so viel bringt, wie ich es gerne gehabt hätte. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Du nährst nämlich auch nur. Äh... Ja, genau. Ja, genau. Heil. Einfach mal alles. So. Und jetzt gucken wir, dass wir hier so schnell wie möglich wegkommen. In der Hoffnung, dass sie uns jetzt gleich mal folgt. Äh, hallo. Ah, danke. Am besten nochmal die letzte Heilung verbrauchen. Und hier. Wieder rennen. Au. Und sterben dabei. Klar. Klar. Und hier.